Moin moin, wir machen direkt bei Ellie weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Denn wir haben den Kerker verlassen und versuchen jetzt hier rauszukommen. Was ist da denn drin? Okay, also warte. Okay, wir müssen jetzt mal schon gucken, ob wir da was finden. Eine Bombe. Da ist der wunderbar, okay. Warte mal, da war doch hier auch noch was, ne? So, gut, dann fragen wir mal, ob es eine Kiste gibt. Danke. Danke schön fürs Öffnen dieser wundervollen Tor. Mal gucken, was da unter diesem kleinen Stein noch ist. Was drin ist. Man weiß es ja nicht. Oh. Okay. Hätte er sein können, hätte er sein können. So, und raus. An die Freiheit, äh, frische Luftfreiheit, die Sonne. Oh, jetzt. Skoli, fröhliche. Hallo nochmal. Ich freue mich so, dass du es hierher zurück geschafft hast. So glücklich. Sehr erfreut. Ich schätze, du bist beschäftigt. Wir wollen dich nicht aufhalten. Ich schätze, wir sollten zur Zeremonie gehen. Tschüss. Tschüss. So, also ist was Neues dazugekommen. Und zwar diese Bomben. Was eigentlich ganz nett ist. Aber es sind natürlich viele Anleihen hier von, von, von anderen Spielen. Das muss man leider sagen. Ist ja aber auch nicht schlimm. Man hat es ja nicht, man hat es ja nicht kopiert und schlecht gemacht. Man hat es kopiert und gut eingebaut. So, wir brauchen eine Kugel hier. Da ist Elektrofelder. Hier kann man was hinwegbomben. Und wir gucken, wo Bomben sind. Und hier oben. Da sind wir da. Können wir wahrscheinlich rauskommen. Das ist die Frage. Okay, können wir den nur so machen. Die auch. So, aber wir müssen natürlich mit der Bombe da irgendwo hinkommen. Ob das so einen Sinn macht, da mit der Bombe hin und her zu jumpen? Ah, guck mal hier. Oh nein. Da müsste ich doch eigentlich, hätte ich da oben da auflanden sollen. Tatsächlich kam ich da nicht rauf. Guck mal. Wieso komme ich denn da nicht rauf? Kann man noch weiter an den Link hüpfen? Mal gucken. Guck mal, ich habe nicht gesehen. Oha. Das sind jetzt alles meine eigenen Fehler hier, ne? Das merkt man gerade selber, ne? Da kommt man rüber, okay. Hätte man auch gleich machen können, aber naja. Drinnen sind zwei super Diamanten, die wir haben wollen. Da ist eine, ah, okay. Alles andere hätte mich jetzt auch stark gewundert. Sollen wir ihn wieder rüberwerfen wahrscheinlich, ne? Aber wie kriegen wir ihn denn da hoch? Warte mal. Das ist ja aber jetzt auch wieder eine gute Frage. Kommen wir das da rüberwerfen? Natürlich nicht. Was sind euch Bomben? Kann ich euch so weit werfen? Auch nicht. Wir werfen, wenn ich springe. Nee, dann müssen wir da hoch, glaub ich, ne? Okay, machen wir nochmal. So. Warte, hoch kommen wir auch nicht. Nee, warte mal. Guck mal hier vorn, ob hier noch irgendwas ist. Ja, guck mal. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht gegangen wäre. Guck mal auf. So, dann können wir auch schnell mal das Ding hier holen. Von ihm nochmal. Gut. Aber, kann ich mich auch hier mit beamen? Nee. Dann müssen wir schnell sein. Das machen wir jetzt mal. Müssen wir auch. Ah, wir brauchen einen Lerling. Oh. Na okay. Wir haben es geschafft, aber ich sollte die weglegen. Aber na ja. Egal. So, dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können einmal hier die Kugel reinlegen. Dann geht ja irgendwas auf. Behaupte ich mal. Das könnte die Tür hier oben gewesen sein. Hier war noch eine Tür, ne? Hier oben. Gehen wir nochmal hoch. Okay, die ist nicht aufgehoben. Das heißt, wir müssen doch wirklich zwei Kugeln haben. Aber wo kriegen wir die zweite Kugel her, ist die Frage. Wo kriegen wir die zweite Kugel her? Oder können wir auch zwei Kugeln von denen bekommen? Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber dann können wir uns ja auch zurück beamen. Brauchen wir es mal testen, oder ist die einfach weg, die Kugel da? Wir testen es mal. Na, ist die weggekehrt. Müssen wir die nochmal rübernehmen, rübernehmen? Dann setzen wir den mal hier drüben rein. Dann müssen wir nur noch eine zweite Kugel finden. Hm. Das passiert mich gar nichts. Dann müssen wir nochmal hier längs. Muss ja noch einen anderen Weg geben hier. Hier geht es zum Beispiel hoch. Oh, nee, echt, oder? Fall ich da runter und bin tot. Wie kacke ist denn das? Muss ich nochmal hin, warte mal. Da muss ich nochmal hin. Wo müssen wir ja diese Bombe hin? Ballern kann aber wohin? Das ist das Rohr da rein, aber das macht wohl auch keinen Sinn, ne? Da gibt es noch nichts. Okay. Also warte mal. Wollen wir die von unten da rein werfen? Nee, das ist Quatsch. Das ist ja auch Quatsch. Aber ich wüsste nicht, wo wir hin sollten. Also, mit der Bombe da. Die ist für irgendwas ist die ja gut. Die Frage, für was? Oder für was ist die gut? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier leider auch nichts. Es ist nicht so, dass hier irgendwas auftaucht plötzlich und sagt, hey, hier ist es ja längst. Ähm. Ja, hier kommen wir auch nicht weiter. Das ist ja die gleiche Stelle, wo wir gerade eben waren. Was machen wir mit der Bombe da oben? Aber vielleicht müssen wir die auch einfach nur... Ich muss die getimed geworfen werden. Also so, dass wir... Weil dieses Metallding habe ich vorher noch nirgendswo gesehen. Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass die getimed werden muss. So, die werfen und dann muss sie da... Warte mal. Nee. Da ist nichts mit passiert. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen hier? Irgendwas habe ich übersehen. Plus was? Was haben wir denn hier übersehen? Mit der Bombe hier längst laufen macht doch auch keinen Sinn. Wir müssen beide Dinger besetzen. Irgendwas haben wir übersehen. Plus was? Was haben wir übersehen? Ähm. Er gibt uns ja keine neue Kugel hier, ne? Das ist ja immer die gleiche, oder? Oder die Kugel hinten ja weggemacht, ne? Ja. Da weiß ich tatsächlich, was wir machen sollen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ja noch nicht so oft auf dem Schlauch wie hier jetzt gerade. So, da sind wir hier oben. Da gibt es aber nichts weiteres. Das Ding passiert ja auch nichts mit. Aber wozu sollte man sonst die... die Bombe da holen können, wenn man die nicht für irgendwas gebrauchen sollte, oder? Also für was? Und da drüben geht diese Wand dagegen? Was soll ich euch hier wegballern? Mögt ihr Bomben? Hm, ne. Ich weiß allerdings nicht. Man sieht bestimmt, wie irgendwas ist bestimmt schon wieder zu sehen hier. Aber ich weiß nicht, was es ist. Da! Oh, jetzt habe ich es gesehen. Okay. Da ist eine gebrüchige Wand in der Wand. Habt ihr die gesehen? Ich zeige euch die mal. Dann müssen wir schnell wieder Bombe hin. Mein Gott. So schwer war es denn doch noch nicht. Aber guck mal da. Hä? Hä? Eigentlich total simpel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Das ist dumm. Aber da war sie die Wand, wie ihr gesehen, könnt ihr sehen. Und deswegen, da soll das wahrscheinlich gegen. Oh. So. Da hat er eine Kugel rausgeholt. Ah, okay. Aus diesem Loch. Oh, jetzt müssen wir hier natürlich irgendwie... Springen können wir ja nicht. Dann müssen wir die werfen halt. Ich habe mich runtergefallen, ne? Ja, bestimmt. Na klar. Nee, gar nicht. Hier ist sie. Sehr gut. Die einen legen wir hier rein. Die andere legen wir hier rein. So, jetzt haben wir aber zwei Türen gehabt. Ist die andere Tür hier oben auch auf? Schauen wir mal ein. Also ich könnte natürlich durch beide Türen gehen, aber wir könnten natürlich erstmal diese aus. Wie geht es nicht zu? Ach, von da sind wir auch gekommen, ne? Ist auch Quatsch. Warum soll die denn auch aufgehen, wenn wir da schon waren? So. Ich will mal sehen, dass die wackelt. Glaub mich. Ich will mich langsam mal hier rauskommen. Achso, jetzt kann ich wieder den ganzen Weg hochzleadern, dann kann ich wieder den gleichen Weg nochmal gehen. Oder was? Okay. Okay, ein Parfum. Mit allem muss man hier rechnen, irgendwie, ne? Also es passiert immer wieder was Neues. Hat sich sehr gut gemacht. Da sitzt ein bisschen falsch, oder? Ja, ich will mich wieder. Kommt man hier so rein? Da kann ich drauf. Da kann ich drauf. Okay, da kommen wir gar nicht hin. Da kommen wir gar nicht längs. Ah! Gut zu wissen, dass die Dinger da drin sind. Aber wieso kommen wir hier nicht weiter? Also ich komme hier gerade nicht weiter, weil... es gerade hier nicht weiter geht. Nee, wir müssen ja hier längs. Was machst du da oben denn, du Heini? Okay. Und ne Bombe sehe ich hier auch nicht. Da, kann rein. Mein Gott, das hat man überhaupt nicht gesehen, dass da noch ein Gang war, oder? Gut. Jetzt sind wir wieder ein bisschen weiter draußen. Hi. Hier war mal frische Luft. Das ist schon mal wichtig. Aber warte. Die nehmen wir mit. Hi, Ellie. Geschiedenes Dorf. Musik gefällt mir so ein bisschen. Abends merke ich selber, wie ich mich mit dem Fuß mit tippen und zwingen. Ähm. Weiß ich nicht. Dann müssen wir nach oben wahrscheinlich. So, ich müsste auch gleich mal den dritten Kristall finden hier. Oh. Wir müssen ja Timish werfen. Musik. 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 Die Musik, die zwingt so ein bisschen, oder? Und Bienen. Willkommen. Grin. Hallo, ich bin Grin. Schön, dich endlich zu treffen. Ich muss gestehen, ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, dass du meinen absoluten Lieblingsstein ruiniert hast. Ich schätze, wir müssen alle unsere Opfer bringen. Was? Wenn das Ende der Zeit auf dem Spiel steht. Okay, ich vergebe dir, Ellie. Egal. Zurück an die Arbeit. Wir haben selten Besucher hier, aber heute waren zwei da. Ich hoffe, du bist freundlicher als die vorherige. Garst, die hat nicht einmal unseren Laden angehalten. Wir sind von unserem Laden hier abhängig und müssten für die Zukunftsplanung, sollte es eine geben. Also bitte kaufe etwas. Egal, ich mache das mal auf dem Feld. Der wird Zeit für die Zeremonie. Bis bald. So, kaufe das hier im Laden und zwar eine neue Mütze. Jetzt haben wir ja ein paar. Guck mal da. Ja, der feine Herr. Oh, ich bin schon der König, ne? So. Hier können wir ein paar Klamotten kaufen. Dann müssen wir mal ein bisschen schönere Gewände haben. Bam. Und einen wunderschönen Stab. So. Den kann ich nicht kaufen. Wir fehlen ein paar Münzen. Okay. Den kaufen wir gleich. Wir holen uns mal für Münzen noch. Hier. Aber Mist, uns fehlen noch sechs Kristalle. Aber wie sieht ich aus mit der Krone? Wie ein Spinner. Kommen wir nicht rein? Hier uns fehlt ein Schlüssel. Warte mal. Zack. Wollen wir noch nicht? Zack. So, jetzt können wir uns die kaufen. Den will ich haben noch in den Start. Perfekt. Obwohl, ich muss zugeben, mir gefällt dieser Zylinder viel cooler, äh, viel besser. Aber den müssen wir auch noch besorgen. So, hier kommen wir erstmal nicht rein. Wir müssen nur einen anderen Weg finden. Dann müssen wir hier vielleicht längs, oder? Ich muss nur noch einen Weg geben. Oh, nee. Ich muss ja hier oben längs gehen. Oh. Oh, erstmal runter. Erstmal in die Tiefe sprechen. Okay. Weiß ich gerade nicht, wo wir hin sollen. Ach, hier. Warte. Nee. Nee, auch nicht. Ich muss auch noch einen anderen Weg geben. Hier links. Da sind wir gekommen. Ah, okay. Okay, wir kriegen die Bombe schnell weg, da. Na gut, wir wollen jetzt mal. Ei, ei, ei. Sollen wir schnell sein. Und zurück. Zack. So, im neuen Gebiet. Und, ähm, ja. Schauen wir doch beim nächsten Mal weiter, wie es hier weitergeht. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020